So, hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Display, wie wir spielen heute und vielleicht, naja, zwei, drei Folgen lang Anti-Chamber. Man sieht, ich habe hier dran, ich spiele nur eineinhalb Stunden. Das Spiel ist ein bisschen zum Entspannen und soll so ein bisschen mit den Gedanken spielen. Ich würde sagen, ich habe es mal gerade mal angespielt, so komisch es funktioniert. Man hat im Prinzip eine Map, man muss Ende erreichen und ja, ich fange direkt an. Wie gesagt, wir haben nicht ganz so viel Zeit, auch wenn es zum Entspannen ist. So, nicht so springen, cool, nett. So, man bekommt immer so Nachrichten, was man nicht gleich schafft, hält sich, dass man nicht vorwärtskommt. Oh, das habe ich auch gar nicht gesehen bisher, lol, das habe ich bisher nur übersehen. Beziehungsweise, ja, ich habe halt schon mal so einen kleinen Durchgang gemacht. Einfach mal zu erkunden, kann es so großartigen Belohnungen führen. Okay. Hier komme ich nicht durch, was passiert hier? Ah, eine Treppe war das. Okay. Ich gehe mit der roten Treppe hier. Also, es geht hier nur ums Erkunden. Ja, eine Wahl kann es leichter, wie nach links oder rechts zu gehen. Also, es hat sich für etwas zu entscheiden. Aber die Wahl macht nicht wirklich einen Sinn, wenn es eher auf selber rauskommt. Deswegen machen wir jetzt was anderes. Ich gehe zurück. Wenn du da zurückkommst, wo du schon mal warst, sind die Dinge vielleicht nicht so, wie du sie in Erinnerung hast. Und das ist verdammt cool gemacht hier. Rip. So, ich soll der Escape drücken. Da wird nämlich keine Wahl. So, das war jetzt die Sackgasse. Go here again. Nee. So, jetzt bekommen wir nämlich immer diese Bild, die wir gefunden haben, hier auf diese Wand. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit hier. So, das stimmt alles hier. So, ja, das ist alles okay. Das hat ich jetzt schon hingestellt. Gut. Shift, um zu walken. Okay, was auch wichtig wird. So, ich würde gerne hier. Leap of Faith. Walk. Walk. Easy. Äh, der erste Schritt zu machen kann härter sein als der ganze Rest der Herausforderung. Okay. Okay. Äh. Eine Sackgasse würde ich nur aufhalten und ich versuche es durchzugehen. Fly. Keine Ahnung. Nee, anscheinend nicht. Äh, wir fallen, wenn uns nichts, äh, wenn uns nichts auffällt. Wenn uns nichts unterstützt. Okay, keine Chance. Ich komme mich überhaupt nicht durch. Äh, scheiße. Was soll ich jetzt machen? Hier gibt's. Ah, okay. Ich muss diesen grünen Ding stellen. Äh. Der Pfad, der am, ähm, am leichtesten ist, scheint immer eine Option zu sein. Was weit weg aussieht, kann noch schnell zu erreichen sein. Das ist weit weg aussieht, kann noch schnell zu erreichen sein. Ich trinke es weg, oder? Ah, nee. Äh. Hab ich das wirklich richtig verstanden? Nur ein paar Schritte weg. Soll ich's wirklich so machen? Einfach hier warte. Hm. Nur ein paar Schritte weg. Wozu diese Farben hier? Keine Ahnung, vielleicht komme ich hier weiter. Manche Wege sind einfach nur geradeaus. Wow. Äh. Okay. Ähm. Das Leben hat einen Weg, uns immer in die richtige Richtung zu drücken. Das Ende. Aber hier komme ich nicht durch. Näh, heh, heh. RIP. Näh, jetzt bin ich wieder hier. Warte, sind wir hier schon weitergekommen? Ne, können wir auch noch durch. Was genau ist das hier? Ich hoffe, das hat ja keine Bedeutung. Huch. Okay, so weit, so durch. Hä? Was zum, was zum, was zum. Lol. Okay. Das war nett. Okay, gehen wir mal zum Raum zurück. So, jetzt haben wir hier diese Kanone. Versuch es noch hart genug und du musst da hinkommen, wo du hinkommen willst. Was? Okay, mit der rechten Morstaste kann ich irgendwas machen. Ich verstehe aber nicht ganz, was das hier bringen soll. Ich verstehe nicht, was das ist. Ich weiß es echt nicht. Soll ich versuchen, mich hier durchzuschießen? Hier oben. Ich gehe jetzt noch wieder weiter. Ah. Okay. Und... Jetzt? Ich kann damit irgendwie Blöcke platzieren. Ja, das ist hier oben. Dieser Block. Hä? Okay. Ich weiß nicht. Hä? Der... Der... Der Block, der ist ganz schön dort. Der sieht echt nett aus und alles, aber... Okay... Warte mal. Nein. Das Ding hier wird gelb. Ah. Ah. Rätsel... Ah. Aha. So ist es also... Lettes Rätsel. Komm ich so weit? Nicht so richtig. Okay, wie genau... Ist das zur Werkstelle hier? Kann ich das Ding hier irgendwie... Kann ich es kaputt machen? Nope. Da hinten... Kann ich dahinter zielen? Da hinten ist auch irgendwas. Hm. Die Scheibe hier... Verhindert, dass ich hier durchschießen kann, so wie es aussieht. Ah. Ich nehme mal das hier weg. So. Ja, die Scheibe ist ja echt... Ein bisschen im Weg. Quick Scope Skis... Funktioniert nicht. Was könnte man hier machen? Es ist echt so krass getimed. Boah. Cool. Bin ich der King oder bin ich der King? Es reicht nun leider nicht um... sich hier komplett durchzuarbeiten. Ich habe auch immer nur eine von diesen Blöcken. Was könnte man hier machen? Zurück gehen habe ich mir verbaut. Das fährt da so aus. Äh. Wo ist der Pfad hier? Logic 101. Ja, da geht es nicht so richtig weiter. Da ist No Way End. Wollen wir hier schon? Ne. Äh. Ja. Es ist unbekannt zu gehen, kann zu großartigen... Äh. Ja. Von hier kommen wir auch, oder? Ähm. Ja gut. Jetzt sind wir wieder hier. Und hier gibt es auch nicht so richtig einen Weg weiter. Huch. Das Ende kann kommen bevor wir es schon bereit sind zu akzeptieren. Äh. Exit? Aber das Leben geht nicht darum um Spenden zu kommen. Okay Leute. Äh. Was? Jetzt müssen wir die Welt von einer Perspektive des anderen begutachten. Ja. Das ist ja gerade... Ein bisschen schwer. Okay. Was mache ich jetzt damit? Hier ist kein Durchkommen, aber was ist hier? Hier ist doch ein Portal. Wozu soll das gut sein? Hm. Aus der Perspektive eines anderen. Ich habe nur da ja gerade gar keinen anderen. Mit dem ich irgendwas machen könnte. Jetzt ist das wieder weg. WTF. Was? Achso. Ich war da jetzt dahinter. Moment. Mal. Wann klappt das? Jetzt hat es glaube ich geklappt. Genau. Scheiße. Keine Rennfunktion gibt. Okay. Ja. Hier waren wir ja schon. Also müsste auch der andere Weg der richtige sein. So. Nee. Vielleicht so. Ich brauche das Schild auf der anderen Seite. Danke schön. Hä? Obwohl ihr... Ähm. Möchtest du bitte irgendwas machen? Hallo? Strahl. Ja. Jetzt hier erstmal kein Durchkommen für mich. Ein Sprung zu weit. Ja. Hier geht es... Gefühlt nicht weiter. Da habe ich auch noch keinen Plan wie ich das machen soll. ... ... ... ... ... ... ... ... Das war ja nicht so gut. ... 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 Hä? Wozu sollte das denn gut sein? soll ich ein bisschen druck gebaut ist das ich habe kein plan das funktionieren würde doch ich glaube es würde funktionieren ja das könnte angeschränkt werden für jeden block kann ich immer nur eins setzen das zieht sich die erbe kacke mit der pistole naja hauptere fortschritt das ist man mit dem z-tot schlagen aber es geht schon jetzt hinter neben das ist übertrieben scheiße das ist eine hand von weh alter das ist mal effektives zeittotschlagen muss mir damit überhaupt kenne sie dieses brückenspiel wo man sich mit konstruiert immer wo die autos und so was überfahren müssen das ist ja auch gerade das war weiter vor jetzt macht das sinn kann sich drüber laufen so das sollte jetzt auch reichen so und so so ich nehme noch ein paar mit für später wenn es hier schon so umsonst gibt so 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 Eine Brücke bauen kann, die sich bei einem Problem weiterbringen. Das habe ich gerade feststellen dürfen. Okay. Nein, meine Dings sind weg. Ich muss einen Block rein. Wenn ich da durchgehe, sind meine Blöcke weg. Warte mal. Ah. Das ist natürlich was anderes. Sobald ich versuche, die hier aufzunehmen, verschwinden die instant. Obwohl, es könnte... Das könnte auch funktionieren. Moment. Gut, dass drüben schon so viele Blöcke liegen. Das würde ich gleich ein bisschen leichter machen. So, einfach mal hin damit. Das muss ich nur noch schaffen. Ne, das ist instant weg, das Ding. Da muss ein Block rein. Wie könnte man das anstellen? Ja, dass man ja nicht durchziehen kann, hat er ja durchziehen kann, hat er ja extra so gemacht. Aufnehmen ist nicht. Mich hier durchschießen, funktioniert auch nicht. Da muss einer rein. Da muss einer rein. Kann ich mir nicht irgendwie von woanders die Blöcke holen. Da sind halt keine Blöcke. Das macht keinen Sinn. Eine Brücke, die bauen kann ich über ein Problem bringen. Aber jetzt wird mich nicht drüber bauen, oder solche Späße, oder? Das ist immer noch eine Glasscheibe. Hier ist alles cool. Ah, das ist ein Dreck. Das ist ein Dreck. Ich habe eine Verkanzung. Das ist ein Dreck. Das ist ein Dreck. Das ist ein Dreck. ok da geht es nicht weiter und only one ich brauche nur einen einzigen scheiße Stairway to heaven hier geht es auch um wo weiter also das ich hinbekomme was ich auch nicht Warte. Ah, du bist Respawn zu schnell. Kann ich dich vom Respawn abhalten? Da kommt nichts durch. Das Zerg Respawn so schnell. Keine Chance. Ich hab absolut Tryharden, dass ich hier durch bin. Ich kann hier aber auch nicht drauf springen oder so. Wieso nicht? Ich hab hier schon so viel von diesen Carbblöcken. Boah, das ging jetzt einfach voll. So, was du willst spiel? Das macht bestimmt viel Sinn, das hier komplett zuzubauen. Das macht bestimmt viel Sinn, das hier komplett zuzubauen. So, sieht es nicht schön aus. Absolut null die Lösung gewesen. Oh. Okay. Das durch andere Blöcke wieder auf. Das ist auch interessant zu wissen. Ah, scheiße. Was machen wir jetzt hier? Nur ein paar Schritte weg. Wir haben ja noch so ein Treppenartiges Ding. Moment. das könnte was sein moment für anlauf das war soweit ok jetzt muss ich nur noch weg laufen der umsatz so lauf wenn du nicht aufpasst wirst du vielleicht alles um dich herum verpassen